Hallo liebe Kizefreunde, bisher kennt ihr mich von den Trainingsvideos hier auf YouTube und heute möchte ich euch mal was anderes zeigen und zwar möchte ich gerne mitnehmen auf eine meiner Willco Kitesafaris und euch zeigen was man dabei so erleben kann. Der offizielle Anreisetag ist der Samstag. Ihr werdet vom Flughafen in Hoagada von unserem Fahrer abgeholt und direkt nach El Guna gebracht, wo ihr wenn sich die Zeit noch ausgeht noch eine schnelle Session auf dem Wasser verbringen könnt und ansonsten könnt ihr an der Bar relaxen bis die Gruppe dann vollständig angereist ist. Am frühen Abend fahren wir dann mit der gesamten Gruppe auf das Boot das in der Marina in Hoagada liegt. Da gibt es dann noch ein gemeinsames Abendessen für alle und im Anschluss noch ein ausführliches Briefing, wie die kommende Woche auf dem Boot so ablaufen wird. Am Sonntag lösen wir ganz früh morgens die Line und machen uns auf zu unserem ersten Spot im Roten Meer. Die Überfahrt dauert so circa drei bis vier Stunden und wenn wir dann da angelegt haben, sind die weiteren Spots, die wir innerhalb der Woche anfahren, nur noch so 30 bis 40 Minuten entfernt. Für jeden neuen Spot, jede Lagune, die wir anfahren, bekommt ein ausführliches Briefing von unserer Seite. Wir planen auch die Sessions je nach Wind-Forecast und High- und Low-Tide so gut es geht, damit ihr die bestmögliche Session auf dem Wasser genießen könnt. Die Lagunen, die wir anfahren, sind Stehreviere, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Ab da wird es dann tief. Der Wind ist ablandig und für den Fall, wenn mal was sein sollte, man Hilfe braucht, haben wir zwei Speedboote dabei, die euch bei Bedarf gerne abholen und die dann ins Strand zurückbringen können. Um an unseren Safaris teilnehmen zu dürfen, ist es wichtig, dass ihr sicher abwind fahren könnt. Das ist dafür hilfreich, dass ihr die Tour voll und ganz genießen könnt und nicht noch irgendwie darüber nachdenken müsst, wie der Wasserstart funktioniert. Und zum anderen sind wir auch deutlich flexibler, was die Spot-Auswahl angeht, wenn die Leute einfach sicher, safe am Riden sind. Am Strand hilft euch unser professionelles Team, das von unserem Beachmaster Ahmed geleitet wird. Wir arbeiten mit Tauchflaschen, mit denen wir die Kites aufblasen. So kriegen wir euch dann ruckzuck aufs Wasser. Und beim Starten bei den Inseln helfen wir euch gerne auch persönlich nochmal, einfach, dass ihr ganz sicher aufs Wasser kommt. Während der Woche bekommt ihr von uns immer wieder Trainings-Inputs in Gruppenform. Oftmals machen wir das nach der Mittagspause ein bisschen eine ausführlichere Theorieeinheit auf dem Boot. und danach am Strand kriegt ihr immer wieder kleine Inputs, bevor ihr aufs Wasser geht, um kleine Korrekturen, kleine Fehler schnell beheben zu können. Und wenn ihr zwischendurch Lust habt, könnt ihr auch gerne auf uns zukommen, wenn ihr neue Tricks-Manöver üben wollt oder gerade nicht genau wisst, euch inspirieren lassen möchtet, was als nächstes bei euch anstehen könnte. Wenn wir mal einen Tag keinen Wind haben sollten auf unserer Safari, dann wird es uns garantiert nicht langweilig. Wir füllen die Tage dann mit Schnorcheln oder Wakeboarden und am Abend gibt es dann häufig mal ein Barbecue an den Inseln am Strand. Das, was mir an den Safari-Trips fällt, ist, dass die Leute mit einer Erwartungshaltung kommen, einfach einen tollen Kiteurlaub haben zu wollen und am Ende merken, dass es um viel mehr geht, um etwas viel Tieferes, und zwar das Connecten mit anderen Menschen, mit gleichgesinnten Menschen. Und ich merke auch, wie ich jetzt schon wieder Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, an die tollen Verbindungen, die man auf der Woche wirklich genießen kann. Ich freue mich, von euch zu hören, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, sonnige Grüße aus Ägypten, euer Willko.